so da bin ich wieder ein kleines bisschen sogar verspätet und es ist dunkel geworden toll hätte ich vielleicht im hauptmenü warten sollen keine ahnung aber dann würde ich nicht hier spawnen sondern woanders hier aber an denen vorbei ich will kommen wir da vielleicht sogar noch stufe 19 gibt es hier noch schwarze flecken zum erkunden ich finde super wenn ich immer auf die map gehe die ränder verzöge hier gibt es noch einen großen schwarzen fleck es ruckelt immer so schön ich sehe da gerade oben im stream bildschirm alter was wie viele frames jetzt übersprungen das heftig okay was sind gerade los hier bei mir auf dem links ich frage mich auch gerade was los ist aber das passiert jedes mal warte mal prozent so jetzt müsste es aber besser laufen hoffentlich ja das wirklich viel das war auf einen schlag so hoch gegangen auf 30 prozent so übersprungene frames ich weiß nicht was los ist warum das so so hoch wurde dabei ist hier eigentlich cpu gpu und so weiter nur gerade mal bei 60 prozent auslastung mit mit obs und spiel und da ist nicht viel was da ausgabe ich habe jetzt auch ganz kurz die aufnahme unterbrochen eigentlich müssen dass man pc packen aber vielleicht liegt am ob es selber gerade ich weiß es nicht also woran das liegt woran oder woran das jetzt gelegen hatte ja es geht jetzt auch langsam wieder runter die prozentzahl ja nicole das ist ich werde montag bisschen früher da sein sogar als also versuchen früher dazu sein kannst du mir privat noch mal schreiben die genaue adresse an welchem eingang wir uns am treffen ich versuche so gegen zehn da zu sein oder so also ich versuche da auf jeden fall wirklich früher da zu sein muss nur wissen an welchem eingang wir uns dann treffen und ja oder so können wir auch machen können wir auch so alles klar frage morgen so ich sehe gerade echt nichts gerade blind der montag montag mit dem romantischen frühstück muss ich leider absagen strapse schaffe ich nicht so wo bin ich was ist das hier für ein zum glück wird es wieder hell das passt vielleicht darunter gefallen morgen hast du dein date mit mir genau strapse du wir können unser date dann am dienstag machen so hier äste brauchen wir auch wir müssen auch wieder pfeile herstellen muss mal gucken wie man ach hier das der das ist jetzt düstert sich davon komm wieso wieso haben wir uns nicht dahin schnell gereist aber bis jetzt ist er doch wieder clean hier oder ist nicht mehr so am ruckeln das stream ich sehe auch gerade nicht dass die prozentzahl da jetzt irgendwie erhöht oder so von obs ich weiß aber auch wirklich nicht woran das lag alles alles wieder clean ok muss ich mir wohl später befassen ich habe ja auch eigentlich hatte auch vor kurz die pause gemacht hatte kurz geschrieben gehabt so ich muss irgendwie weil ich jetzt alles auf 4k machen will also auch für youtube und so weiter alles auf 4k aufnehmen und so muss muss ich aktuell hier ein paar probleme war sie rechnen vielleicht ist mein pc noch nicht daran gewöhnt keine ahnung er braucht seine zeit eingewöhnungsphase ich habe glasfaser ja und so beziehungsweise die vodafone sagt kabel glasfaser hat auch eigentlich eigentlich nur bullshit ist denn was ich bisher mitbekommen habe richtiges vernünftiges glasfaser kriegt man aktuell nur mit freiwilligen oder sowas ähnliches was die deutsche glasfaser anbietet vodafone telekom und so weiter die bieten nichts dergleichen aktuell an oder auch wenn dann nicht dann nicht bei mir der region oder woanders also wenn dann er glaube ich bei den größeren städten sogar die hamburg hannover köln so der hier jetzt noch die brauchen ein bisschen länger also mir erstmal flüssigkeit schön einsammeln die brauchen war genau der will nicht der will nicht so richtig das stimmt ja ich sag mal so wenn irgendwelche haustürvertreter kommen bloß nichts bei denen unterschreiben niemals egal ob vodafone telekom irgendwelche stromanbieter oder sonst was ich habe ja im vertrieb für vodafone gearbeitet diese haustürvertreter und das ist wirklich da kriegst du wenn du im shop bist deutlich besseres als diese das was da an der haustürvertreter kommt wer schießt hier der da hinten ne denn auch ganz besonders handyverträge niemals über haustürvertreter machen also du kommst bitte hierher oh da kommt die nächste so die hier noch fossiler knochenfall die soll herkommen Perfekt. Ich glaube, ich muss diese Knochen feilen lassen. So, und was ist das eigentlich für eine Brücke, wo ich bin? Ich kipps irgendwie gar nicht. Bei euch im Dorf gibt es überall Glasfaser, aber keine Haustür. Das ist gut, ich muss zu dir ins Dorf ziehen. Nein. So, da ging die Framity da hoch. Also die, das hat wirklich, glaube ich, mit der Map hier zu tun. Komm, die machen diese eine Quest dahinten. Ist ja noch so ein Geist. So, ich erst mal so eine Beere. Der schießt auf mich. Out. Alter, ist doch nie sein Ernst. Wenigst Holzscheit noch bekommen. So, jetzt, äh, was wollte ich eigentlich machen? Was wollte ich jetzt sammeln? Ich wollte irgendwas gesammelt haben. Schrott und Holzscheit. Stimmt, das war's. Und mir erst mal Flüssigkeit. Komm, eine Quest können wir eben noch machen hier. Während des Streams. Oder zumindest ein paar Fragezeichen hier aufdecken. Okay, äh, der Stream, mein eigener Stream, der ruckelt da oben, sehe ich gerade. Ein bisschen. Also der läuft nicht ganz flüssig. Ich hoffe, für euch schon, aber bei mir zumindest nicht. Ich mach mir da schon ein bisschen Sorgen. Ich mach mir da schon ein bisschen Sorgen. Ich glaube, es wird langsam Zeit, dass ich mir auch, äh, äh, ich, ich stream, glaube ich, noch bis 22 Uhr oder sowas, wollte ich heute machen. So, Pima Daumen. Vielleicht ein kleines bisschen länger. Weiß ich nicht, aber so ungefähr 22 Uhr. Mal gucken, ähm, also heute auf jeden Fall, quasi als Ersatz für morgen. Denn eigentlich wollte ich so oder so wieder öfters anfangen zu streamen. Alles klar, Strap, so dann bis später. Eventuell. Okay, hier komm ich nicht hoch. Nein. Okay, hier geht, hier komm ich nicht hoch. Muss ich, muss ich außen rum? Ich glaube, ich muss da rum, außen rum. Ah, natürlich, hier sind die Nägel wieder. Okay, hier geht, hier geht, hier geht, hier geht. Nice. Äh, seit wann haben wir eigentlich so, dass wir 10 Minuten eigentlich, die wir erstmal aushalten können. Fällt mir jetzt über gerade auf. Hier... Wieso ist das hier alles voll mit Schutt? Das ist alles voll mit Schutt. Was, was war denn da oben, was hier alles voll mit Schutt ist? Okay, hier ist keine Höhle. Ich dachte schon. Okay, hier wird es wahrscheinlich schwierig, da rüber zu kommen. Ich glaube, wir müssen dann doch eher darum. Ich will auf jeden Fall nach hier hin. Hier ist auch wieder was, ein verstreites Erbe. Ich glaube, wir müssen wirklich andersrum, da, wo... Ich will auf jeden Fall wissen, was da oben ist. Hier gibt es keinen Weg nach oben. So, die Dinger auch noch einsammeln. Also, ich wollte schon sagen, ist die Musik jetzt still geworden, weil ich irgendwie ein neues Gebiet betreten habe. Warte mal. Die Brücke, die kennen wir doch. Stimmt, die Brücke der Erbauer. Stimmt, da war Attelang. Ja, ich glaube, Attelang ist der. Begraben, irgendwo da unten. Da will ich noch irgendwie hoch. Da man von hier da hoch. Da oben ist auch alles von dem Miasma. Ich würde gerne wissen, ob wir von hier da hoch können. Obwohl, sie sieht bis jetzt noch nicht so danach aus. Die Frage ist nur, ist das schon ein Bereich, das wir rein theoretisch jetzt schon betreten können? Also, klar, da ist jetzt erstmal Tödliches Miasma. Oder ist das schon ein Bereich, wo... Wie heißt das? Also, was... Was noch quasi in einem Update kommen wird. Ich würde da schon eigentlich gerne hin, beziehungsweise ich will da hoch. Vor allem das da will ich mir ansehen. Das sieht schon eigentlich eher aus, dass wäre das schon das Schneegebiet. Ja, wir haben es hoch geschafft. Okay, wir sind oben. Perfekt. Das heißt, wir können das da uns noch ansehen. Also, die Musik wird düster. Beziehungsweise ich will auch gucken, gibt es hier die Möglichkeit zur Brücke zu kommen. Oder müssen wir dafür noch weiter nach oben? Dein theoretisch, ja, die ist eigentlich hier irgendwie irgendwo. Ja, da ist es schon. Ah, okay. Wir können hier noch nicht hin. Was passiert, wenn wir hier durchgehen? Endes Early Access Bereich. Kehre jetzt um. Dieser Bereich wird demnächst verfügbar sein. Okay, aber finde ich super, dass wir das auf einmal mit Stream erlebt haben. So eine Wand habe ich ja auch schon, so eine rote Wand, off-screen entdeckt. Ich hatte irgendwo off-screen hier hinten einfach mal durchgerannt mit dem Level 12 Charakter. So, obwohl da man mindestens Level 20 schon braucht, oder mindestens Level 18. Einfach durchgerannt. Gerannt. Gerannt. Und da auch irgendwo nur eine Höhlenpassage gefunden, die nicht kartiert war. Äh, warte mal. Da wollte ich hin. Nein. Jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt ist die Frage, weiter oben oder weiter unten? Ich glaube, das ist hier, oder? Hier unten irgendwo. Höhlenkuriosität. Okay, das, da ist definitiv eine Höhle. Also, es muss hier unten sein. Kellenbucht. So, den holen wir mal raus. Wind, äh, Wildwolf Langsohn. Der hier macht 22 Schaden, voll aufgerüstet. Der macht jetzt schon 24 Schaden. Will ich den hier ausrüsten? Nochmal neu sortieren. Dann machen wir den hier klein. Zum Targeten. Achso, der ist schon erledigt. Mehr war hier nicht. Wir haben hier was vergessen. Energie. Zucker können wir machen bei ihr. Geschick. Äh, Gemüsesuppe. Und, paprika, tomate, Wasser, Salz, Waldbrübe. Für Intelligenz. Wir bräuchten wir hier roten Pilz und Eier. Pilzomelette. Andere Nahrung. Gepochte Eier. Einen Ofen können wir bei ihr machen. Gibt es hier ein neues? Habe ich jetzt nicht gesehen, was da neu ist. Aber Ofen hier, Stärke, Bladenbrot. Und Rätsel wäre jetzt super. So, Keuter, Tee und süßes. Brotzucker sitzt. Hier gibt es jetzt nichts Neues. So, aber das da fehlt noch. Und was da immer da war, das müssen wir noch eben schnell erfunden. Beziehungsweise hier zum Tagebuch. Was wäre das? Ähm, ein verstreutes Erbe. Also, das sind wahrscheinlich noch zwei, äh, Zettel oder so, die wir finden müssen. So, den lassen wir mal auch in Ruhe. Autsch. Okay, von den kleinen Käfern will ich jetzt schnell mal weg. Die Käfer sind aber auch echt lästig. Ich glaube, hier ist das so nett. Oh, Nägel, perfekt. Nägel nehmen wir mit. Oder hier irgendwo? Standort unten. Autsch. Genau, ändert mich erst mal gegen. Ah, hier sind wir. Okay, bei den Untoten also. Bei den Untoten dürfen wir suchen. Kommt von unten oder von oben jemand? Hier, da haben wir was. Heute kehren wir zur Erde zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinen letzten Tagen noch einen Krieg, ja eine Invasion erleben würde. Ich habe schon so viele begraben. Ich habe schon so viele begraben. Ich gestehe, dass mich das beunruhigt. Ich begleite Menschen auf ihrer letzten Reise. So viele letzte Abschiede. Und heute ist meiner gekommen. Die Nordarmee hat die Tore passiert. In der Burg finden wir keinen Unterschlupf. Duamanda hat alle Türen versperrt. Alle Tore herabgelassen. Das wird die Horde nicht aufhalten. Sie werden einen Weg finden. Die Erbauer schützen uns. Miasma strömt hinein. Etwas tropft von oben herab. Wenn das hier jemand findet. Wenn jemand übrig ist. Ich möchte neben meiner Frau und meinen Sohn unter der alten Eiche begraben werden. Lass den Grabstein leer. Ich habe nichts mehr zu sagen. Wache des Nordens Brustplatte. Ah, hier haben wir ihn. Gehen wir auch nochmal mit. Ein verstreutes Erbe. Da nochmal. Dann müsste da gleich auch Ende werden. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen diese Riesenmonster nochmal kämpfen. Nein, auf die Art komme ich da nicht hoch. Okay. Dann halt so. Oh, ich glaube, ich muss doch da rein. Ich glaube, ich muss doch da rein. Obwohl, ich könnte auch da hinten sein. Es ist nur die Frage, kommen wir da noch anders hin? Oder müssen wir wirklich hier jetzt durch und uns wieder durchkämpfen? Wie viel habe ich in dem Rucksack? Wache des Nordens. Aber der gibt mir Lebenspunkte und 45 Sekunden maximale Zeit im Miasma. Lord Forgot hat das gehört und sagt, ein Herz sei gefroren und würde mit jedem schwachen Pochen weiter zersplittert und zerbrechen. Ich glaube, da kommt noch was krasseres auf uns zu, was wir haben da. Hier vier Fähigkeitspunkte, wo haben wir die Nähe jetzt her? Genau jetzt habe ich hier noch Wasser. Ich habe hier kein Wasser. Freddy, ich bin gleich wieder da, ja? So. So, für YouTube habe ich jetzt auch wieder auf Play gedrückt. Wollte jetzt hier die vier Punkte irgendwo hin investieren. Wo wollten wir die hinmachen? Hier haben wir freigescheißen, hier haben wir freigescheißen. Schnelle Klingen. Die doppelt Lasten war. Erstmal Fleisch erhöht jetzt die Gesundheit um zusätzlich 15 Prozent. Betäubungsleiter ist ein Gegner, das wird um zusätzlich 20 Prozent erhöht. Klingt interessant. Er wird da in Konsultationenattribut um ein örtige Gesundheit um 50 pro Attributspunkt. Blutkrieger. Und hier wird schon grün im Bereich Ausdauer. Gibt es hier vielleicht was Gutes? Obwohl, ich würde eigentlich schon gerne noch weiter hier Richtung Krieger gehen. Stärke. Die Konstitution. Was macht da, äh, äh, was kommt hier denn? Durchbruch. Unbarmherzig. Komm, ich würde die mal machen. Dann haben wir bald komplett Krieger alles voll irgendwann. Aber ich würde die grünen Sachen auch eher machen, weil das ist viel auf Ausdauer. Magie benutze ich eigentlich gar nicht. Die blaue Leiste da oben, oben links, unter der Lebensanzeige. Das ist ja die Mana. So, Bandagen. Perfekt. Ich habe so ein Gefühl, ich muss wirklich wieder gegen das Viech antreten. Ja. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe so ein Gefühl, ich kann es nicht wiederholen. Ich glaube, bevor ich ihn besiege, ist alles hinüber, was ich hier habe. Ich glaube, irgendwann kann ich ihn nur noch mit Pfeil und Bogen angreifen. Ich werde uns fragen, was ist zuerst hinüber? Ist das immer er oder mein Pferd? Wird die Munition, die wir haben, reich nur mit zu besiegen? Ich bin ein Pferd. der ist aber gleich gelieber so komm mit schwer dessen rüber und ich hab auch bald keine muni Alter, weg mit euch. So, warte. Drei Bomben, doch. Das war, dass ich auf keine Bomben mehr habe. Alter, weg mit euch. Gleich reicht die Fackel aus. Ja, die könnte ausreichen. Ja, es hat gereicht. Es hat gereicht. Okay, was ist das? Äh, Ring des Kommandanten. Nehmen wir mal mit, aber braucht man nicht. Jetzt Schlüssel zu Burg Erstein haben wir noch einmal. So, die sind wieder mal alle im Boden hier eingedingt. So, hier erstmal alles einsammeln. Falls das ein bisschen laut war, tut mir leid. Wollte ich nicht. Aber wir haben jetzt all unsere Bomben verbraucht. Ne, doch nicht. Wir hatten da noch Ast. So, haben wir irgendwas, was wir nicht brauchen. Was wir entsorgen können. Ich glaube, Schutt brauchen wir nicht. Steine brauchen wir gerade auch nicht. Ach, wir hatten doch noch Pfeile gehabt. So, dann gehen wir mal nach oben. Was auch immer wir da jetzt suchen müssen. Hier wahrscheinlich nicht. Die Schlüsse brauchen wir gerade eben noch. Und den haben wir ja einmal. Uh, was haben wir noch da? Leiden nehmen wir mit. Den Rest brauchen wir ja nicht. Ich glaube, hier war ich noch gar nicht. Okay, da kommt man nicht hoch. Oder nicht so einfach. Ist über mir irgendwo, kann das sein? Da muss das sein. Okay. Suchen wir mal irgendwie einen Weg dahin. Hier kommt man nicht durch. Gibt es hier irgendwie was? Das ist vielleicht nicht der offizielle Weg, den ich hier nehme, aber... Wache des Nordens hellen. Die sieht ja richtig cool aus. Segelsetzen, wohin er aufgeflohen ist. Gormanda ist alleine. Oder bei einer anderen Kortisane. Die Stadt ist überrannt. Sie haben frühmorgens unsere Mauern niedergerissen und hüllen unsere Stadt nun in dicken, atemraubenden Nebel, dessen Farbe an Draußenfedern erinnert. Jetzt hocke ich hier, allein, zum ersten Mal seit Jahren. Wie ein kleines Mädchen. Mein Herz flattert wie ein aufgeregter Kanarienvogel in seinem Käfig. Ich hätte weglaufen und mir ein Schiff besorgen sollen. Es vielleicht kapern können. Immerhin kann ich fechten und eine Karte legen. Vielleicht ist das noch nicht zu spät. Ich konnte immer noch mit dem Blau des Meeres aufwachen und das Salz auf meiner Haut spürt. Mehr Jungfrauen sehen und laut an den Dock singen. Ich will in einem Sturm enden, in einer Feuerspunst und nicht in einem einsamen kleinen Turm. Lass mich nicht aus. Ich fühle mich so klein. Hallo Old Coin. Alles klar? Wie geht's dir denn? Jetzt stecke ich hier fest. So, jetzt nicht mehr. Wie geht's hier Old Coin? Ich hab dich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich hab dich auch ein bisschen vermisst. Klar, bei einem anderen im Chat geschrieben. Aber ich hab dich auch ein bisschen hier vermisst, muss ich ehrlich sagen. So, wir sind jetzt aus dem ersten Mal raus. Haben wir hier sonst noch irgendwas? So langsam wird es besser. Boah, ich hoffe es wirklich, dass es besser wird. Es kann sein, dass jetzt kurz ruckelt, weil ich hier aus der Karte rausgesucht habe. Hier haben wir ja noch was. Warte mal, hier haben wir noch gar nichts erkundet in dem Bereich. Ich bringe erst mal alles nach Hause. Äh, gar ruckel, ähm, bin ich, äh, bei Gothic 3 auf jeden Fall dran gewöhnt. Das stimmt, da hast du recht. Aber bei Gothic 3, da ist das Spiel selber. Hier habe ich nichts. Hier habe ich leider nichts. Nägel müssen wir haben. Zwei Stück. Sonntag hatte ich gestreamt gehabt. Eigentlich wollte ich Mittwoch streamen, aber da kam eine traurige Nachricht quasi nochmal an. So, Freddy weiß schon Bescheid. Ich wollte das jetzt nicht nochmal wiederholen. So, weil, ansonsten sehe ich mich gar nicht in der Lage, heute nochmal zu streamen, wenn ich darüber, äh, jetzt noch anfangen zu reden. Aber ich wollte eigentlich nochmal streamen, so. Aber, naja, sagen wir mal so, irgendwie, was die letzten Jahre bei mir da abgeht, ist ganz und gar nicht toll, sagen wir mal so. Äh, bin ich auch eigentlich nicht erfolgt. Deswegen ist es auch dann gut ist, dass ich dann in Therapie gehe. So, warte, wir haben jetzt, äh, Wache des Norns Helm. Wache des Norns Brustplatte. Wache des Norns Handschuhe. Wache des Norns Hose und Wache des Norns Schuhe. Wir haben das Set komplett. Und Ring des Kommandanten. So, haben wir für Hebert? Nope. Hier haben wir auch nichts. Äh, ich muss das wirklich sortieren. Ich muss das. Für hier habe ich auch nichts, ne? Auch nichts für hier. Hier beinem, müsste ich dort, ne, habe ich nicht. Ich habe gar nichts, hier kann das sein. Doch, Knochen hat die Luft. Das wird noch ein Spaß, wenn die alle voll sind. So, und den packen wir auch noch da rein. Salz hat man auch noch. Okay, perfekt. Oder, ne, die stacken sich, dann machen wir einen weg. Das ist ja zweimal derselbe Schlüssel. So, wir hatten hier noch ein paar leere Dinger. Hier zum Beispiel. Können wir hier die Leinen hinpacken. Und hier ist ja am vorbereiten, damit wir, äh, wir haben keine Kohle mehr. Hier brauchen wir Holzscheite und Erde. Wir haben alle Holzscheite, äh, hier reingeballert, ne? Würde ich den Stapel vielleicht mal woanders hinpacken. Hier rein. Und dann brauchen wir noch Erde. Welche Kiste haben wir Erde? Also, erstmal vielleicht auch die Sachen reparieren, die wir haben. Aber das Schwert wieder funzt. Und die Lebensmittel da rein. So. Könnte aber auch mal anfangen, die anderen Sachen hier mal zu kochen. Wir haben so viel auch von denen. Zwei Stunden zählen wir das dauern, bis das durch ist. Super. Vor allem, ich muss auch irgendwie wieder anfangen, äh, Gothic, äh, zu streamen. Also Gothic 1. Wir wollen ja das noch fertig haben. Dann, da gebe ich dir recht, das müssen wir auch noch irgendwie machen. So, warte mal, was haben wir jetzt auf Tasche? Was wir... Den haben wir ja schon. Dann kann der weg. Warte mal, wir haben jetzt 100 von denen. So, und, äh, können wir von ihm 10, äh, hier im Jasma-Seelen machen eben. So, dann haben wir schon mal 26. Wenn wir mehr von der Flüssigkeit hier kriegen, können wir mehr Seelen machen. Weil wir haben hier noch 100, 200, 250. So. Und noch ein paar kaputte. Und ich habe wieder vergessen, es zu reparieren. Gut, doch gerade reparieren. So, jetzt sind sie alle heile. Ah ja, Erde wollte ich holen, genau. Boy, wo bin ich gerade mit dem Kopf? Ich weiß, ich mache irgendwie tausend Sachen. Aber nicht das, was ich machen will. Wo hatten wir Erde drin? Als wir Erde irgendwo hier drin hatten. Ist das Erde? Erde 31. Wir haben nur 31 Erde. Das ist ein bisschen wenig. Ich glaube, ich hoffe, das wird reichen. So, und Pfeile müssen wir noch herstellen. Wir haben nicht genug Pfeile. Was brauchen wir bei ihr für Pfeile? So, hier. Wir haben Bronzepfeile, Äste, Bronzebarren und Federn. Kriegen wir Federn her? Hier, Kupferpfeil bräuchten wir... Also, hier, Kupferpfeil. Kupferbarren und Äste. Wir haben nur 50. Feuerstein und Äste. Kupferbarren und Äste. Kupferbarren und Äste. Kupferbarren und Äste. Ich brauche mehr Pfeile, definitiv. Wo habe ich Feuerstein? Habe ich Feuerstein überhaupt? Obwohl, nee, das lassen wir mal. habe ich hier feuerstein ich habe hier bandagen aber meine band okay bei mir die bandagen sind schon voll okay ich glaube ich habe kein feuerstein ja gut dann machen wir oder normale holz dann haben wir jetzt 90 erstmal wieder und sammeln noch mal unterwegs bei erste wollten wir hin genau hier hinten wollten wir noch angucken was da noch ist was noch fehlt dann sammeln wir da auf alles mal ist das neue musik ich kenne die musik noch gar nicht obwohl ich glaube da hinten da unten gibt es nicht viel da ist ja schon der canyon die musik finde ich gerade richtig schön und nein es hört auf ja aber das ist ja genau hier haben wir noch nicht ich hätte mal besser gucken sollen wohin ich fliege so mehr von den dingern auch einsammeln stimmt ich wollte noch gucken wie man halbren was wir für die besten heißen gebrauchen ach ne ach ne ach ne nehm ich die bean So, das ist das zählt schon als Canyon-Gebiet im Jasper. Sieht auch ganz anders aus. Hier waren wir auch noch gar nicht richtig drin. Das will ich mir mal ganz genau ansehen. Es wurde jetzt irgendwie eher doch nur ein Sightseeing-Stream statt sammeln und bauen. Aber egal, wir werden heute noch bauen. Das habe ich noch vor. Das will ich machen. Ich will meine Basis da endlich irgendwie soweit haben. Meine Hauptstadt. So. Gibt es hier schon irgendwie Fragezeichen oder sowas zu entdecken? Oder welche Stufe haben hier die Gegner? Ach, Oldcoin, damit du auch Bescheid weißt. Ich weiß jetzt nicht, ob du das mitbekommen hattest. Ach, hier sind die Stufe 16. Okay, der geht mit einen Schuss hinüber. Hat der mit anderes Besonderes? Ne, auch Brutlingsbeine. Ganz so. Ähm, ich bin dann vom ich glaube 25. 3. war das jetzt bis zum ähm 8. 4. Gar nicht da. Da werde ich wahrscheinlich auch gar nicht streamen. Aber ich werde das auch nochmal auf Discord, Instagram und so weiter dann auch nochmal ankündigen. Dass ich da dann komplett erstmal für zwei Wochen weg bin. Höhlenpassage entdeckt. Ich bereite ja nämlich für YouTube-Umtan genug vor, zumindest versucht genug vorzubereiten. Dass dann diese zwei Wochen äh, immer noch so auf die gewohnte Art und Weise Folgen hochkommen. und dass auch die Thumblades bis dahin alle fertig sind, ähm genug Folgen da sind und so. Dass ich mir dann diese zwei Wochen selber keinen Stress machen muss. Okay. Da geht's auch nochmal weiter. Oder kommen wir von da? Ne, da geht's wirklich weiter. Ich finde die höhliche Gras richtig geil. Was haben wir denn da? Neuer Ort kartiert. Die Höhlenpassage, okay. Ich finde das hier richtig Grasgrat. Aber ich sehe auch viel zu wenig. Boah, ich freue mich, wenn es irgendwann die Möglichkeit gibt, ähm hier, äh, das Miasma auch zurückzubringen. So. Jetzt ist nur die Frage, äh, wo geht's hier wieder raus? Hier haben wir eine Straße gefunden. Okay. Die führt nach Osten. Gehen wir mal die Straße entlang. Ah, hier sind die roten Pilze, die ich bei Hele mal gesehen hab. Warte mal. Es hat ein Herz an der Seite. Am Fuß da. Okay, die roten Pilze sind im Miasma-Gebiet. Äh, nicht nur im Miasma-Gebiet, äh, sondern im Canyon-Gebiet. Also hier findet man die. Ammoniakdrüse. Säurebiss plus 1 unter Alchemie. Dann haben wir die jetzt auch einmal gefunden. Staubgrube. So, wo ist eigentlich die Straße hin? Oh, hier sind die alle Stufe 18. Also schon in meiner Stufe. Beziehungsweise ich hab's dessen Stufe. So, ich nehm trotzdem mal alles mit. So, ich nehm trotzdem mal alles mit. Oh, da warte mal. Kommt der hier hoch? Ähm. Okay, der hat jetzt Schaden bekommen. Warum nicht? So, mein Großer. Autsch. Das war ein bisschen feige von mir. Hier oben hin. Aber da sind mir zu viele Gegner. Wo wohl, warte mal. Erstmal weg mit dem. Ach, da ist noch so einer. Alter, wie viel ist denn hier? Oh, Stufe 19. So, wo ist der? Äh. 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 Den erstmal loswerden. Ähm. Die, die kamen wieder Rüstung. Auch. das sind die mit so was mit dem roten dass wir ein schwerer krampf wieso konnte mich gerade nicht bewegen so in die richtung meine sachen abholen so ein von dem großen halbringen haben wir noch aber wenigstens haben wir da auch noch ein jasmer wurst gefunden machen ja nicht die vierten wieder es waren aber wirklich viele gegner nein meine ausdauer ist hinüber ja haben wir geschafft wenn der hinüber ist scheiße alles klar danke dir dann ja das game ist nicht für jeden was aber gothic wird sowieso demnächst wieder weiterlaufen da macht ihr keine sorgen es gibt ja auch leute die möge die mögen prallwold lieber dann gibt es leute die mögen entschraudet lieber und dann gibt es leute die mögen beides einfach gar nicht so aber danke für deinen werk und dann hoffentlich sieht man sich demnächst noch mal wieder oder liest man sie wieder jetzt ist nur die frage kommen die auch hier hoch ich glaube ich werde aber auch alles verbrauchen hier gleich ich glaube ich werde aber auch alles verbrauchen hier gleich so 50 schuss haben wir noch und dann kann ich auf das hier 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 So, einen Moment. Oh, komm. Warum muss er sich jetzt bewegen? Muss auch nicht sein Ernst. Muss ich jetzt ernsthaft so machen? Ah, nein. Alter, das war jetzt echt knapp. Ähm. Nein. Alter. Und fast alles weg. Ich gehe da hin, hole meine Sachen und dann gehe ich wieder weg. Ich glaube, gegen den komme ich nicht an. Ich habe keine Haltbränke mehr. Ähm. Meine Munition ist fast komplett weg. So. Tamban da. Der große Almer nach der Pflanze und Setzling. Den markiere ich mir trotzdem auch noch einmal. Ich frage jetzt nur, ist es oben oder unten. Ich hoffe, dass es unten ist. Dann, äh. Ja, die wollen jetzt wieder Stress. Nein! Okay, das wird wohl nichts. Dann machen wir so. Ähm. Ah, okay. Äh, was ist das denn? Was ist das Zinn? Zinn! Wir haben Zinn gefunden. Große Truhe plus eins mehr unter Schreiner. Bronze Barren plus eins mehr unter Schmelze. Und ich habe gerade alles dafür vorbereitet. Ähm, warte mal. Äh, Tagebuch. Werkstätten. Was kann der? Säurebiss. Und ewige Eisbolzen. Meat kann jetzt die... Wächter-Set. Das ist eine Bronze-Rüstung. Und Söldner-Set. Warte mal, was macht der für Steps? Plus drei Block. Würde ich die Bronze-Rüstung nehmen oder die Söldner-Rüstung? Gibt mehr... Plus 18 Ausdauer-Punkte sogar. Magie-Schild. Haben wir hier nochmal was Neues? Hier, der hat jetzt unter Stauraum wieder was Neues. Die große Truhe. Obwohl, Nägel und Holzbrenner brauchen wir immer noch. Aber jetzt Bronze Barren. Und hier alchemistischer Grundstoff. Ich glaube, ich werde wirklich... Wasserbrum müssen noch mal. Leinen, Steinen und Holz einmal. Wo kriegen wir noch Holz einmal her? Achso, hier. Holz einmal. Okay. So, Schmelze können wir jetzt... Bronze Barren. Ah, dafür brauchen wir... Kupfer Baden und Zinn Baden. Und Kohle. Alter, das wird noch eine heftige Produktion, die wir da machen müssen. Ich nehme mal erstmal einiges an Zinn mit. Also, wie viel Zinn haben wir jetzt? 17 Erz. Komm, ich will noch einen. So, acht Stück haben wir dann schon mal. Da oben fliegt sogar wieder was. So ein Geist. Ich nenne die Dinger jetzt Geister. So, was sind das für Pflanzen? Die kann man nicht mitnehmen. Okay. Eines der Geister ist jetzt hier. Ich will an dem Geist nur vorbei. Ah, okay. Die Straße führt direkt zu denen. Okay. Wenn wir jetzt nochmal die Map angucken. So, jetzt müssen wir aber den kompletten Weg hier wieder zurückfinden. Und hier den ganzen Süden müssen wir auch noch absuchen. Bis zu dem roten Gebiet, wo wir nicht hin können. So, jetzt müssen wir jetzt hier wieder zurückfinden. doch krass wie grün hier das alles ist da ist wieder so ein roter Pils ich hoffe der lässt mich hin durch ich habe jetzt keine Lust um ihn zu kämpfen okay ist das jetzt hier nur so grün wegen weil es jetzt nacht ist eventuell alter wie schnell ist denn der Pils verlass mal die Straße wir dachen müssen eigentlich der hat es richtig auf mich abgesehen nein weg 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 standard oben okay hier unten ist es nicht geh weg Pilschen ich will nicht campen nicht jetzt zumindest so süden ich finde das aber krass wie grün hier alles leuchtet vernebelt ist hier gibt es Wölfe sind das normale Wölfe oder so Miasma Wölfe gibt es hier Miasma Wölfe da ist wieder so ein Pilz und hier wird das blau okay ah wir haben noch eine Elixirbrum gefunden hier sind wir auf Tote weg meist MT K aus im was was das was sie gesammelt haben doch das was wir anhaben. Die sind also die Krieger des Nordens, würde ich mal behaupten. Also ich glaube... Ich glaube, der große Antagonist des Spiels befindet sich dann wirklich hier im Norden, im Eisgebiet oder so, wenn da... irgendwo. Weg mit dir! So, da fängt's an, rot zu werden. So, die lassen wir mal in Ruhr. Jetzt ist die Frage, können wir schon da runter? Okay, hier sind definitiv irgendwo Wölfe. Die Frage ist nur, wo? Da müssen wir hin. Zäurebiss. Ja, fängt schon gut an. So, erst mal weg mit denen. Nein! Spucken wir zu viel. So, der... Der geht jetzt weg. Aber nicht auf ihn. Ihn hier vielleicht. Alter! Alter! Über... Übertreiben sie gerade. So, jetzt habe ich keine Pfeile mehr. Autsch! So, jetzt weg mit dem. So, jetzt kommt's schon. Okay, der hält einiges mehr aus. Wo geht's? So, der soll da wegkommen? Autsch! Ihn haben wir. So, dann weg damit. So, dann können wir das hier jetzt eben auch noch einsammeln. Dann kriegen wir die Miasma-Hoden. Hier auch noch mal. Hier auch noch mal. Und hier noch mal. So, wir haben eh keine Muni. Dann würde ich hier vielleicht später noch mal irgendwie wiederkommen wollen oder so. Und gehen jetzt erst mal nach Hause. Und dann würde ich mal schauen, dass ich irgendwie das mit diesen Metallplatten da mal aufhöre zu machen. Dann kann ich... Dann kann ich das komplett hier... Wo waren das? Hier war's nicht. So. Dann kann ich die hier komplett für Nägel nutzen. Äh, so, warte mal. Ähm. Zerlegen. Zerlegen. So, für, äh... Genau, da können wir direkt Kupferbarten machen gleich. Und Zinnbarten. Das brauchen wir noch ganz normal. Einmal ist reparieren. So, für hier haben wir nichts. Doch, haben wir. Hier ein. Ach so. Und... Hier hat ein Maulowat. So. Was will er? Hey, Kit. Der Brief, von dem wir sprachen. Konntest du ihn, äh, die ansehen? Nee, konnte ich nicht. Herzen aus Eisen. Du hast es drauf, Flammbut. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das beste Eisenherz verbirgt sich in der Kuppenmine, tief unter dem Miasma. Aber keine Sorge. Wenn dein Miasma-Pazierstufe hoch genug ist, solltest du keine Probleme mehr bekommen. Neuer Ort kartiert. Herzen aus Eisen. Da hinten. Oh, und hier haben wir wieder sechs. Okay, wie kam es, dass wir jetzt sechs hatten? So, Belsch, deine Parade fügt dem Gegner 20 Wucht Schaden zu. Blutkrieger, erzeuge einen Gesundheitsort, nachdem du einen Gegner mit einem Schleichungskriff oder Gnadenloserangriff besiegt hast. Wenn du den Ort einsammelst, werden 10% deiner Gesundheit wiederhergestellt. Ich würde das mal ausprobieren. Blutkrieger, hört sich schon interessant an. Warte mal, 1, 1, 1. Hier mit drei Punkten haben wir die hier schon voll, okay. Ich glaube, wir haben bald den Krieger komplett voll. Also alles in diesem Bereich. Dann fehlt das hier noch. Die Dinger hier. Oh, der wäre auch gut gewesen. Mir ist mal Zeit wiederherstellen durch Besiegen. So, Tank fehlt mir noch. Und was ist hier? Das ist alles komplett blau, okay. Also ist nur das hier irgendwie so eine Mischung aus grün und blau hier. Dann heißt es, dass wir auch den Doppelsprung schon haben. So, ähm, warte mal. Wuchser. Nochmal alles sortieren, würde ich sagen. Das ist jetzt doof, dass wir das falsche eingesammelt haben. Da packe ich hier mal das hier rein. Können wir daraus Nägel machen, dann habe ich hierfür was. Hier haben wir aber was. Hier würde ich dann Zinn jetzt reinpacken wollen. Stein haben wir nicht. Garn haben wir nicht. Dieses Holz haben wir auch nicht. Auch nicht. So, hier haben wir Zinnbarren und Bronzebarren. So, aber ich würde den einmal kurz anprobieren wollen. Und gucken, wie das dann aussieht. Vor allem warte mal, wenn wir... Das ist ein Flammschild. Ey, der... Man muss schon sagen, der sieht geil aus. Aber... Minus eine Minute Maximalzeit im Jasma. Heißt das, ich habe weniger Zeit im Jasma? Wie ich das doch behalten, die Dinger? Auch wenn es cool aussieht. Und vielleicht kann ich eine eigene Variante davon noch bauen. Aber ich wollte den zumindest einmal haben. Und anprobieren. Mal angucken. So. 18... 24. Der ist ausgerüstet. Den wollte ich noch aufbessern. Stimmt, da war ja was. Wo hatten wir die Münzen? Muss ich gleich mal gucken. Ne, hier war es nicht. Hier auch nichts. Aber was für Leder? Nope. Hier hatten wir was. Ne, hier nichts. Hier hatten wir auch nichts. Hier müssen wir die Münzen haben. Da. Wo hatte ich die Stoffwetzen gehabt? Habe ich die Stoffwetzen übersprungen? Anscheinend, ja. Die Ammoniakdrüsen packe ich auch mal hier rein, würde ich sagen. Und dann verbessere ich hier mal den hier. So, und packe die restlichen Münzen hier wieder hier rein. So, dann mache ich jetzt auch nochmal ein kleines Poise hier. So, dann mache ich jetzt nochmal ein kleines Poiseu Silenk. Und dann mache ich eine... So, dann mache ich den Namen.